Herzlich Willkommen liebe Clasher bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Toto Aka Thorsten beim Climb 2 Warriors. Wir haben aktuell ja wieder ein Event zu bewältigen. Diesmal lassen wir die Blechsoldatinnen oder Soldaten, keine Ahnung, das weiß man ja nicht, was es ist, für schlappe 3600 Elixier auf das Schlachtfeld und ich habe das schon mal soweit vorbereitet. Aber da wir live in einem CK sind, können wir uns sicherlich auch den einen oder anderen Kampf angucken. Okay, den gucken wir uns nicht an. 30 auf 30. 30 ist nämlich ein Rathaus Level 4 oder 3 bei den anderen beim Gegner und die Gegner sind hier unten etwas schlechter aufgestellt als wir. Wir haben hier immerhin 4 Achter. Der Gegner hat im unteren Bereich 2 Achter glaube ich, 2 Achter und 7er und 2 noch kleinere. Ich bin jetzt zwar gerade ein bisschen abgeschwiffen, aber ich sehe das ganz zuversichtlich im oberen Bereich. Allerdings hier auf 18, auf 19, 18, 17, 16 ist der Gegner etwas besser aufgestellt. Da gibt es bei uns hohe Neuner, aber die müssen auch erst mal ein oder zwei Sterne schaffen. 2 schaffen sie unter Umständen immer irgendwie mit der Brechstange. Aber schöner ist natürlich, wenn man 3 schafft. Das heißt also, wenn wir etwas weiter unten angreifen können. Aber da die jetzt nicht so die Masse an Neuner haben, denke ich mal, werden wir wohl unseren ersten Angriff trotzdem, also die RH9, trotzdem auf die Zehner machen. Und ich selber bin auf 15 gesetzt, muss also diesen Gegner machen. Den mache ich allerdings erst wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages, weil ich meine Qui noch nicht fertig habe und ich jetzt nicht ganz so viel Grenzen ausgeben wollte. Das heißt, ich warte noch mal eine Nacht. Er hat hier Level 3 Infernus, Level, das ist noch Rathus Level 9 Magertürme. Der Rest ist auch schon so ein bisschen auf Rathus Level 10. Die X-Bogen sind schon ausgebaut. Da muss man mal gucken. Die Hellen sind nicht ganz so hoch. Das kriege ich irgendwie hin. Muss ich mal sehen. Ohne die Infernus hätte ich fast gesagt. Toll für Hox. Aber die Riesenbomben werden ja hier vorne irgendwo sein. Und aktuell sieht es ganz normal aus. Also es ist noch nichts passiert. 22,5 Stunden. Ja, 22,5. 22 Stunden, 50 Minuten. Noch der CK und noch alle Zeit dieser Welt. Wir haben aktuell immer noch einen Memberswund. Also bewerbt euch, wenn ihr hier mit uns ein paar Clankriege spielen wollt oder auch ganz bei uns bleiben wollt. Das sieht jetzt zwar so aus, als wären wir relativ voll. Aber wir haben so ein paar Twinks und ein paar Gäste da. Die sind also nicht dauerhaft da. Wir sind nach wie vor so um die 40 und haben immer noch Platz für euch. Es würde mich freuen, wenn tatsächlich aus der Community jemand mal bei uns reinschlüpft und sagt, komm, ich spiele mit den True Warriors 1, 2 CKs und dann mal gucken. Vielleicht bleibe ich auch oder ich gehe dann wieder. Da wir ja, wie ihr wisst, einen sehr, sehr starken Stamm haben, kriegen wir immer die Clankriege ganz gut zusammen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir mal etwas höher spielen können. Nehmen wir mal so ein 40, 40. Clan 50, 50 ist immer das Highlight eines jeden Clans. Haben wir bisher immer verloren. Macht aber nichts. Wäre natürlich mal wieder klasse, sowas zu spielen. Also wer hier noch mit rein möchte, der soll ruhig mit reinkommen. Ich muss hier, ich muss nicht, aber ich tue es. Ich spende hier eben mal ein paar Riesen weg. Da kriegt der Hocker auch noch ein Gift zum Farmen. Den mache ich einmal nach und ich trainiere auch die Truppen gleich nach. Ihr seht, ich trainiere jetzt auch schon gleich für den nächsten Kampf. Den werde ich euch aber nicht mehr zeigen. Oh, wir haben wieder einen CK-Angriff live. Mal gucken, ob der ein bisschen höher ist. Ja, das ist 23 auf die 24, also ein tiefer. Wir können ruhig mal schauen, wie stark der Gegner ist. Wie gut wir ihn einschätzen. Horst ist ein noch nicht so lange Rathaus Neuner. Horst hier heißt er übrigens. Und dementsprechend sind seine Sachen auch noch nicht ganz so stark ausgebaut. Der Gegner kommt hier mit relativ kleinen Helden. Das finde ich immer sehr gewagt. Weil ihr seht selber, die Queen geht jetzt schon ein bisschen außen rum, hat noch keine Lahr geschafft. Es sind immer noch alle vier Lahrs da. Der gegnerische König wird jetzt wahrscheinlich... Jetzt wird er beschossen. Okay, der wird auch keine Lahr mehr schaffen. Das heißt, der Gegner hat jetzt noch 2 Hunde und 14 Luns, um die Basie zu schaffen. Ich denke mal, die Queen stirbt jetzt schon an dem Magier-Turm, weil die hat echt nicht viele Heal-Points auf Level 10. Und jetzt wird es für den Gegner natürlich richtig schwer. Da ist auch noch der Feger dabei. Also, dass... Nach meiner langjährigen Erfahrung hier in diesem Spiel, vor allen Dingen als Rathaus 6, 7, 8, 9, würde ich fast darauf tippen, dass dieser Angriff hier nichts wird. Also selbst wenn er jetzt noch die DEF schafft, da lebt immer noch ein kompletter... Eine komplette Lahr. Es sind noch Bogenschützentürme offen. Es sind noch ein paar Pappis in der Base. Okay, jetzt ist eh vorbei, weil die Luns werden nicht mehr so schnell, glaube ich, zur Lahr kommen und zu dem dahinterliegenden Bogenschützenturm und vor allen Dingen dem Magier-Turm. Schaffen sie auch nicht mehr. Das heißt also, die Pappis werden jetzt an diese drei DEFs auch nicht mehr kommen. Das bleibt bei einem... Ja, die schießt noch. Mal gucken, wie weit ist denn die hier ausgerichtet? Oh, der schafft alle Pappis. Das wird ein 1 Stern. Das bleibt bei einem Stern. Okay. Ja, super verteidigt, Horstie, würde ich sagen. Und ja, das sieht gut aus. Da können wir rausgehen und können jetzt endlich meinen Farmangriff machen. Dadurch, dass der Gegner immer angreift, können wir ruhig mal in den Clan-Krieg reinspringen, wenn wir schon was live haben. Aber wir suchen aktuell einen Gegner. Ich bin wieder etwas tiefer gerutscht. Ihr habt es gerade gesehen. Gerade so Kristall erreicht. Ich meine, was heißt erreicht? Unfreiwillig erreicht er beim Farm. Ab und zu ist es ja so, dass einem echt nur noch ein Prozentchen fehlt. Und dann setzt halt noch deinen King raus, der eben mal noch den Rest macht. Da ich aktuell Elex brauche, ein bisschen Goldgute brauchen können, würde ich sagen, ist das doch hier ein gefundenes Fressen für uns. Was haben wir in der Clanburg? Das ist allerdings DEF. Ob wir das dann einsetzen, das sehen wir, wenn wir hier reingegangen sind. Und wir gehen hier einfach mal über die Ecke rein. Ja, perfekt. Gleich die Tesla, das ist natürlich klasse. Dann haben wir die nämlich schon mal hinter uns. So, wir haben einen ganzen Haufen Mauerheinis dabei. Die habe ich ja in zwei Tagen auch auf Max-Level. Und die sind jetzt nicht ganz so weit durchgekommen. Aber wir hocken hier mal unseren Sprung rein und hoffen, dass die Päcker natürlich nicht reingehen. Warum sollen auch die Päcker hier reingehen? Da müssen wir doch unsere Magier nachschicken. Und wir gehen alle außen rum. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, noch eine ganze Menge Hillpoints. Wir hauen hier jetzt die Riesen mal so ein bisschen in Wut. Und hier auf der anderen Seite, glaube ich, ich greife hier am PC an, da schmeiße ich mal ein Hai rein. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Da brennt hier jetzt noch nicht so viel an. Und, oh, ihr kennt das Zeichen aus Clash Royale. Das widerfährt mir natürlich hier auch. So, hier setzen wir jetzt mal ein Wut. Der Kampf läuft auf jeden Fall weiter, auch wenn ich hier jetzt ein kleines bisschen Leck habe. Ich glaube, hier am PC verliere ich die Verbindung nicht ganz so schnell wie am Rechner. Okay, meine Internetverbindung ist, glaube ich, gerade ganz weggekachelt. Das ist hier echt, also ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt oder an der extrem schlechten WLAN-Anbindung hier im Haus. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja echt, echt merkwürdig. Da ist so ein bisschen, muss ich sagen, ist da der Wurm drin. Aber ihr seht jetzt, müsste ich eigentlich das Netz schon wieder haben, weil mein Rechner selber hat schon wieder ein Netz. Und es müsste jetzt eigentlich auch gleich wieder hier beim Emulator angekommen sein, über den ich aufnehme. Ist nicht verbunden, ist nicht vorhanden. Okay. Das ist natürlich echt scheiße. Das machen wir weg. Das ist kacke. Okay, meine Leitung ist wieder da. Und dann machen wir halt aus zwei Teilen ein. Wir gucken mal, was wir denn hier noch geholt haben. Wir haben gewonnen, 93%. Oh, das mag gar nicht so schlecht. Das gucken wir uns nochmal eben in der super Schnellzeitlupe an. Denn die Truppen laufen ja weiter. Also alles das, was gesetzt ist, ist gesetzt. Und der Rest läuft dann weiter. Die Zeit läuft einfach ab. Man kann halt nichts mehr setzen. Kein Zauber, keine Truppe. Aber ich hatte soweit ja schon eigentlich alle Truppen raus. Die mussten ja jetzt nur noch bis zum Ende rennen. Und da gucken wir mal, wie weit die gekommen sind. Ah, da hinten sehe ich schon. Sauber. Die Pekka rennen echt gut mit dem King durch. Der King stirbt jetzt zwar. Aber wir haben den auf Null abgefarmt. Wunderbar. Eigentlich wollte ich das nur noch sehen. Jawohl. Das ist klasse. Jetzt hat mein King natürlich ein bisschen Downtime. Und wir haben mal wieder durch diese doofe Leitung so ein bisschen was verbaselt. Ist aber nicht so schlimm. Gucken wir nochmal in CK rein. Da hat sich nichts getan seit den letzten Minuten. Hier ist eine Anfrage an Boulern. Die kann ich kurz mal bearbeiten. Und dann baue ich die auch gleich nach. Denn die habe ich eben im nächsten Kampf geplant mit dem Pekka zusammen. Und ich sehe aber gerade, dass mir die eigentlich doch nicht passen. Dass ich doch ein paar Riesen brauche. 20 Riesen. Okay, dann nehmen wir noch eine Walküre da mit bei. Okay, die passt nicht. Dann nehmen wir das so. Okay. Den nächsten Angriff gucken wir uns nicht mehr mit an. Ich würde sagen, das war es von dieser kurzen Folge hier. Clash of Clans. Es wird sicherlich wieder ein bisschen mehr kommen, wenn sich bei mir im Dorf ein bisschen was tut. Morgen zeige ich die restlichen CK-Angriffe. Auch meine Angriffe, die ich gemacht habe, werden denke ich mal mit dabei sein. Vermutlich mit meiner absolut durchmaximierten Queen. Okay, so, wo wir in der Aufnahme stecken, machen wir die Aufnahme auch mit. Lauter, der gerade gefordert hat. Mit meinen Glücksbowlern hoffentlich macht er den Kampf hier. Die drei Minuten gönnen wir uns noch. Das finde ich nicht schlecht. Mal sehen, was er hier an Truppen dabei hat. Okay, Funnel mit Babydrachen. Aber die Pekka wollen sowieso schon direkt in die Base rein. Das ist natürlich klasse. Da kommt er richtig hübsch rein. Hat kein Mauerbeherr, aber brauche er nicht. Da vorne ist nämlich die Mauer auch schon so ein kleines Stück offen. Und so wie ich die Base so ein bisschen überblicke, ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal, ist das gleich hoffentlich der Rest für die Hawks. Der Rest geht noch gut durch. Es ist noch relativ viel in Heilung. Jetzt schickt er hier so ein bisschen surgical die Hawks rein. Das heißt also nicht ganz alle auf eine Stelle. Aber so verteilt die sich schon mal so ein bisschen auf die Def. Was jetzt natürlich ein bisschen doof ist, der King. Der latscht den jetzt hinterher ohne Ende. Und haut in der Regel pro Schlag mindestens ein Hawk down. Und jetzt sind die hier unten an dem Bombenturm. Der wird jetzt hochgehen, aber die werden so, oh Doppelbombe, das war böse. Aber der Rest sieht noch ganz gut aus. Da hinten laufen noch drei Päcker. Da ist die Queen noch dabei. Als Abräumer dahinter sehe ich zwei Magier und den Bowler. Er kommt hier jetzt schon von der anderen Seite mit einem Lakaien zum Clearen. Hat noch einen Bogenschützen rausgesetzt zum Clearen. Hat noch den Magier rausgesetzt zum Clearen. Und ich denke mal, das sind nur noch drei Def-Gebäude. Die Queen ist noch zündbar. Jetzt hätte ich fast gesagt, ja, den Gift hast du auch noch, aber die Def ist gleich down. Und er muss jetzt allerdings auch gleich schon mal, denke ich mal, irgendwann die Queen zünden. Die wird wahrscheinlich nicht mehr in irgendeine Bombe tappen, wenn er sie jetzt zündet. Und da er noch über eine Minute Zeit hat, war das echt ein super Drei-Stern. Da können wir schon tippeln. So heißt der in Wirklichkeit. So, jawohl. Sauber. Das wird ein guter Drei-Sterner. Und mit diesen tollen Drei-Sternen verabschiede ich mich auch von dieser Zweier-Folge, beziehungsweise von dieser leicht abgebrochenen Folge. Den gucke ich mir jetzt nicht mehr mit an. Das wird jetzt die Zeit ein bisschen sprengen. Und ich muss das ganze Zeug noch schneiden und, und, und. Und denke, dass die auf jeden Fall heute Abend noch rauskommt. Morgen gibt es hier eine Folge Clash Royale mit mir, dem nicht mehr ganz so Nob. Ich habe mich ein bisschen verbessert. Ihr werdet sehen. Wenn ihr also die Videos von mir liken wollt, tut euch keinen Zwang an. Abonniert meinen Kanal vor allen Dingen. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, der Toto Clasht. Und dann sehen wir uns in einem Euh schäu. ту Der Toto Clasht. Geräusche